Auf diese Premiere haben Sie bestimmt schon gewartet. Oder ahnen Sie bereits, was es ist? So oder so, Sie werden in jedem Fall begeistert sein, denn jetzt kommt ein wirklich erhebender Moment. Und hier ist sie. Ich präsentiere Ihnen CARA DS MIL 2.5, die kompakte und leistungsstarke Fräsmaschine aus der neuen CARA DS 360 Grad Produktreihe. Damit können Sie jetzt auch direkt in Labor und Praxis hochpräzise und in bester CARA Qualität fertigen. Und für alle Patientenfälle steht Ihnen das CARA Fertigungszentrum als Backup natürlich auch weiterhin mit seiner gesamten Indikationsvielfalt und Erfahrung zur Verfügung. Sie können also sicher sein, ob Sie nun mit der neuen CARA DS MIL 2.5 dezentral vor Ort fräsen oder zentral bei uns fertigen lassen. Fast 10 Jahre digitales Cut-Come-Know-How und der umfassende CARA-Service ist für Sie immer mit inbegriffen. So sind Sie künftig bei der Fertigung noch flexibler, schneller und unabhängiger. CARA makes life so easy.